Glauben die schon, aber sie können sich das einfach nicht vorstellen, wie es wird. Jeder meint, dass ein Schneemann drei Kugeln zuhören. Mein Vater und meine Mama haben gelernt, dass der Schneemann ist mit Karotten und alles. Aber durch das, dass der Schneemann so groß ist, schaut er wirklich aus wie eine Pyramide. Er hat seine Augen, seine Nase, seinen schönen Knopf und seine Monsterschalte, die 40 Meter lang ist, das wird auch noch ein Highlight. Und es steht einfach nicht, weil wir haben um die 15.000 Kubikmeter Schnee, dass wir ihn zusammenbringen. Und wenn wir das Glück haben, dass es nächste Woche wieder ein bisschen kühler wird, vielleicht schneidet es ein bisschen, dann kann man schön kleinweise weiter arbeiten. Ja, der größte Schneemann der Welt passt natürlich wieder die Faust aufs Augdorf der Riesner. Wir sind bekannt für innovative Sachen, für ausgefliegte Sachen. Und genau deshalb ist es lässig, dass der Gerhard das gebaut hat und sich eine Spinnen können wir brauchen. Nur so können wir weiter. Wir stehen hier, wir haben im Wetter gekappt, in ein paar Minuten haben wir die Höhe. Was wollen wir noch mehr? Wir Schneemänner haben in der Steiermark, das ist schon eine lange Tradition. Und dass uns der Gerhard Bär jetzt in allergrößten der Welt da hergestellt hat, nach Donnersbach-Wald in Griming-Donnersbach-Tol, das macht uns wahnsinnig stolz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.